haben wir haben es beide glaube ich sit-ups wo ist der unterschied ein sit-up ist doch von auf dem rücken push-up ist eine liegestütze ich komme hier nicht weiter alter der sieht aus wie heißt noch mal diese eine porno darsteller meinst du den fetten mit hätten der so viele ihn hat ich habe keine ahnung ich finde der sieht aus wie mein name ist ich glaube er der macht was anderes mit dem ich glaube er das ist ich weiß genau dass du es magst du den text nicht oder war nein du weißt genau ich werde schwach wenn es dir vor hinten war mach's mir doggie mach's mir doggie könntest du mir laut die 20 machen ich kann aber mein mikrofon nicht muten ein schwarzer der traurig ist aber das gibt es doch nicht da stand es auch vorher ich tue man mein mikro nach drüben es gibt jede menge fische was ja an dieser stelle ist auch sehr gut da kann ich halt sagen es ist sehr schön also dein mikro wird es nicht gemütet das ist nicht gemütet ich habe mein mikro nach rechts getan aber irgendwie ist der dabei aus dem spiel ausgesprochen wenn meine aufnahme jetzt nicht mehr läuft es mit ich mache die abwechslungstaktik der dazu waren meine tasten zu klein ja du hast ja halt nicht den typen neben dir der den rekord hatte ja das stimmt schon aber ich muss halt irgendwas machen während du mit den leuten hier bei den jungen ich habe mich schon alle abgearbeitet ein die in der hohe komm 21 und ein rekord zu sprechen bei dieser stelle hast du schon mal den film die 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 gefangenen da wieder heißt geguckt ich weiß nicht mit morgen freeman schorschengui dem scheiß denn ich habe deinen rekord gebrochen shit habe ich nicht gesehen deswegen glaube ich dir nicht beweist mir das gegenteil in der aufnahme die aufnahmen sind alle geschnitten ich weiß so was mache ich jetzt wenn ich auf die schwarte ich habe auch nicht mehr viele zu reden ich muss mal hier ein bisschen umgucken guck mal das habe ich auch gestern war ich auch gesagt als ich pubg gebannt wurde ich habe talent mit einem kill das haben wir euch auch noch nicht so viele leute geschafft guck mal hier können wir noch aus ach so für die leute die das spiel auch haben und am anfang probleme beim multiplayer haben dass ihr euch doppelt hört ihr müsst in den origin einstellungen das ändern oh hier bist du es ist Zeit für die spielen oh oh was du willst du? es ist nicht was ich will es ist was Harvey will dieser blöcke besser sein, dass er auf der Seite ist er kann sein, dass er auf der Seite ist aber er mich immer gut betrifft das ist, er betrifft mich wirklich gut, um dich zu töten und ich mag dich nicht also für mich ist eine gewinnig gewinnig die Situation für mich oh kannst du dich jetzt prügeln mit dem? ich hoffe doch warum schmeißen die mich jetzt rein? was soll denn das jetzt? okay prügel oh, nicken wir aus, hast du nicken wir aus, hast du nicken wir aus, hast du Alter ich hatte ja Quicktime Moment, ne? ich auch ich bin da immer überfordert oh, jetzt bist du glaube ich dran Alter, ich freischmeiß dir so die Brühe raus, hast du nie wieder mehr äh ausstehst ausstehst oh, linke Maustaste linke Maustaste ah oh, Kick aus Gewicht und bam 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 das bist du ja das erkennst du doch am Gesicht bam bam jawoll, weg mit dem okay, fick ihn fick ihn, was er braucht, Bruder ja komm zu mir und trau dich bam oh, du hast ihm eine zu alte Schelle gegeben oh 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 oh, links 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 rechts aber zuschlagen ist meistens immer links und kontern ist rechts das kannst du dir schon mal mehr nehmen oh oh Alter, was sind wir auch für Kung Fu Hustler? ja das wäre meine 10 Jahre Kampfkunst gewesen ich merk schon ähm wir haben zu zweit 5 Leute weggeklatscht naja, als nächstes kommt Messerwurf das haben wir aber auch schon trainiert, also oh, nicht ins Loch aber ich will ins Loch mit den Dingen ich glaub aber nicht in das von dem Schwarzen okay okay warum was sollen das jetzt ich dachte wir wären Best Twins hab ich auch gedacht gut dann rede ich mit dir dem Rest vom Let's Plane nicht mehr ja, wird jetzt gemutet oh das sieht doch mal lecker aus ja, mein Apfel schmeckt besser ja du hast sogar Kuchen und ein Apfel Granny Smith nee, der ist grün Mann, was weißt du denn schon über Äpfel ja, gar nix ich ess keine Äpfel der Fruchtzuckergehalt ist mir zu groß so, zu wem soll ich mich setzen ich glaub es geht nur da wo der gelbe Punkt ist es ist doch gut wie da nur Mexikaner sind so, ich ess jetzt erstmal ne Gewalt anwenden ist gut ich ess jetzt was lecker sicher sieht es so aus ok also, was machst du mit dem Gringo wie ist das hey man, ok, shit da war die Brühe nahe geschmackt worden ne, der hat ihn auch Gringo genannt das ist schon respektlos so, dann trinke ich jetzt nochmal was oh, da bist du ich trinke was nein, ich steh auf ich hab mich vertrinkt hey mhm na geht's dir gut ja ich weiß nicht ok, ich setze mich wieder ja oh ich hab auch cool oh, der kommt, pass auf pass auf oh Alter, Messerwurf, siehst du das? ich komme also, ich muss eh tippen ich helf dir der Messerwurf jahrelang gemacht wegen dir habe ich wieder einen Schlag in die Fresse bekommen aber was mache ich denn in der Küche? oh ich hab grad ein bisschen geflincht als er das entgegen geworfen hat oh ja, Messerwurf dann wir müssen uns nix fürchten oh, da ist er, der Messerwurf oh oh Scheiße, wieder so viele Anspielungen Scheiße, was soll ich machen? hier oh Hala, du konntest auch so eins werfen hier ist noch eins oh da ist ne Pfanne ne Pfanne in Pupsi da habe ich den Weg verschwert oh shit hier friss das den kannst du Auffressen Alter der hat den mitten ins Face gekriegt ah, ich bekomme mies auf die Fresse gerade ich frage mich, ob wir sterben können oh ich glaube nicht oder jetzt greift er auch noch die Polizisten an du ja, komm an da ah, komm an oh oh der hat den abgestochen oh 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 der hat den abgestochen Alter, ne Mulle oh oh Erdbeerchen oh shit na, hey I hate those things don't have worse things to worry about in here just be careful der arme Mann hat Angst vor einer Spritze mhm ja, ich wollte dich mal fragen, ne ob wir mal einen Kaffee trinken gehen können ich bin Leo ne ok ich hab gedacht, die kennen sich schon ich auch, die waren doch im Flugzeug zusammen ja ja was das genau was das genau nichts, Mann es ist einfach ich nur brauchst du dir auf meine Beine bis ich es zu verstehen das ist alles sorry ich bin nicht interessiert warte, mach es ich mache es selbst warte 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 Ich darf nicht aufstehen? Ah, jetzt ist es interessant. Schwester rufen. Ich ruf die Schwester jetzt. Na! Wieso denn? Kann ich die... ...der Nei prügeln? Ich glaub nicht. Okay, jetzt schleich Anja vorbei. Schnell. Splinter Cell. Was kann ich für dich machen? Geh doch weiter! Ja, wie mach ich den denn? Oh, steck dich. Ach, das sind diese Balken. Äh, wann kann ich gehen? Ja, aber wie soll ich den denn jetzt machen? Ich weiß es noch nicht. Ja, sorry. Aber ich bin ein bisschen fasziniert hier, du weißt? Ich... Ich weiß nicht, es ist nicht mit mir, aber ich bin sicher, es wird nicht zu lange. Oh, scheiße. Der ist hier hinten drin. Okay, danke. Der sitzt da auf dem Stuhl. Ja, das ist ihn auch. Okay. Sorry, ich bin hier einfach nicht ruhig. Vielleicht kann ich irgendwie ausrasten, dass der Polizist hierherkommt. Ich sehe, es ist nicht schlecht. So, äh... How did you end up working in a prison? Ah, ich kann klopfen. So, it just kind of made sense. Jetzt, jetzt schnell. Ja. Look what you made me do. Das ist doch nicht wirklich ein Franzose. Nein, das ist eher ein Song von Taylor Swift. Alter. Ich weiß, dass du der größte Fan bist, aber... Es ist okay. Hä, wieso habe ich den schwarzen jetzt nicht abgestochen? Hey, der braucht eine ganz andere Klinge-Seife. Anything else? Ah, diese Interaktion gefällt mir schon mal. Oh! Ich glaub, ihr seht dich nicht. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Achso. Als wenn die das nicht sieht. Als wenn ich auch nicht tiefer schleichen kann. Als wenn der nicht gesehen hat, dass ich da nicht lag. Ja, ich wollte schon grad sagen. Ey. Scheiße. Die kommt rein. Ist bei mir, dreht sich um. Ach, wo waren sie denn? Och, schlag die ganze Zeit hier. Ich weiß nicht, was sie haben. Scheiße. Hey, was hast du da? Nichts. Let's move. Ja, sicher. Oh, clever. Das ist gut, das nicht direkt in die Zelle zu nehmen, muss ich sagen. Jetzt schreibt er seinen Rap-Text, er wird zu Eminem. Ja, ist ja so, ne? Du wünschst dir einen guten Rutsch und glaub mir, den hab ich gerade. Okay. Entschuldigung. Ich weiß, was du da bist. Ich weiß nicht, was du da bist. Ich weiß nicht, was du da bist. Ich weiß nicht, was du da bist, aber du musst zurückgehen. Hey. Was? Ich bin sicher, dass du da bist, um hier zu kommen. Aber ich muss hier rauskommen, auch. Ja? Nicht mein Problem. Ich versuche mir meine Hilfe hier. Ja, du weißt, was, ich brauche deine Hilfe. Ich kann es mir selbst. Ja? Ja, wie du da warst, wie du da warst, wie du da warst. Ja? Du versuchst, lustig? Nein, ich bin nicht. Hör, ich bin ziemlich in auf das. Ich versuche, dass du dir verstehen kannst, dass du meine Hilfe wirklich nutzen kannst. Wie ich gesagt habe, ich kann es mir selbst behandeln. Was über Harvey, dann? Ich bin nicht getriggert, verdammt. Stimmt, wir haben den doch noch gar nicht gesehen. Der kommt bestimmt noch. Und Gegner wieder mal. Ich bin nicht sicher, dass du mich nicht wissen kannst, Mann. Vielleicht nicht. Aber Harvey hat jemanden sehr nahe zu mir. Mit oder ohne dich, ich gehe nach ihnen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass unsere Chance ein bisschen besser wäre, wenn wir uns zusammen waren. Und du wissen das. Okay. Also ich sehe das so. Drachenlord hat sich anstatt von seinen...